Der Stärmer versorgt hier das ganze Verbal. Zugeben, wenn Mettchen, da sind zwei Bälle auf dem Platz. Jetzt jemand geht bereit, um abzustoßen. Und ich hatte das Rande wieder, das Spiel da ist. Abstoßt. Der Eierland, der Eierland, in die Hälfte. Der Eierland, der mancher Ball anklickt auf zu vor uns. Zum Bleiben im Ballbesitz. Ich weiß nicht, nein. Jetzt ist der Tone angewächst. Und jetzt sehen wir an, wieder der sicheren Parade.